En wie? Saufen. Nein, en wie? Äh, Flasche. Ach, also gut, en wie nehmen. Und zwar, wie kann man es nennen, Bier zu trinken? Das ist das Rugenbräu ABC. Drachenfluten. Zwei Zimmer desinfizieren. Eins reinzwitschern. Einen nehmen. Wieder mal das Blut ein bisschen verdünnen. Fünf gegen Flaschen. Die Leber ein bisschen verredeln. Einen an die Ecke zaubern. Ein Bier trinken. Einen einen Hut klemmen. Sehbapptropfen. Echsen. Einen reinhemmern. Kontern. Aufguss machen. Tapete runterreissen. Wudeln. Das Ladegerät anschliessen. Schön bergab gehen. Die Pfanne nachfetten. Die trockenen Zone in ein Feuchtgebiet verwandeln. Schluck Muskel zum Backen. Amtlich reinhinkern Bad schnaufen. Ich habe keinen Plan mehr, es ist schon. Das Hirn in Outsourcen. Die Schauzentrale-Risette. Die Hirnaktivität steigern. Oder einfach... Saufen. Welches von denen ist dein absolut Lieblingsbegriff? Oder welchen haben wir vergessen? Kommentiert hier unten. Ich bin Talmud. Ich bin Talmud. Ich bin Talmud.